Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sind Sie jetzt ein anderer Mensch? Und jetzt? Ich kann ja jemanden bekämen und... Was macht mir Angst? Ich will wissen, was mit diesem Darmann ist. Was willst du von mir? Ich will dir helfen, du Arschloch. Ich hab auch mal Scheiße gebaut, aber das ist vorbei. Sie wollen ein neues Leben anfangen. Wieso bekomme ich kein neues Leben? Ich will mich nicht dauernd umgucken lassen. Vielleicht sollten Sie aber genau das. Erst einmal zurückblicken. Und jetzt? Was machen wir hier eigentlich? Sie müssen aufhören damit. Was mach ich denn?